Gestern gab es ja wieder ziemliche Unruhen in der Türkei vor allen Dingen um den Taksimplatz und das geht ja nun schon seit Tagen so. Wie sieht denn das aus? Also wie kriegt man diese Unruhen eigentlich in Istanbul mit? Sind die überall oder ist das einfach nur irgendwo da am Taksim oder wie kriegt man das denn mit? Also die jetzt gerade heute Nacht mit den Polizeiübergriffen, das konzentriert sich schon am Taksimplatz natürlich, aber auch zum Beispiel im Stadtviertel Gazi gab es jetzt die ganze Woche über Auseinandersetzungen mit der Polizei, also manchen Stadtviertel, aber es ist nicht so, dass sich das dann nur auf den Taksimplatz konzentriert. Das war ja jetzt gestern Abend das Ziel von der Polizei den Taksimplatz zu räumen und den wieder für den Verkehr freizugeben, aber eigentlich sind wir die ganze zwei Wochen oder zehn Tage über Proteste in der ganzen Stadt. Erstmal, also wenn es Polizeiübergriffe gibt, dann kriegt man das so mit, weil man überall Tränengas riecht oder dann auch von weitem sieht, wie die Tränengaswolken da aussteigen. Du wohnst ja gut, vielleicht so anderthalb, zwei Kilometer von Taksim entfernt. Ja, und auch hier riecht man das, also in den Straßen dann, wenn die da Tränengasbomben schmeißen. Also was heißt, riechen die Augen, fangen dann halt an zu Tränen und so weiter, weil das so massiv Tränengas geschmissen wird, dass sich das dann, wenn da noch windiges Wetter ist, überall ausbreitet. Dann waren aber auch überall Demonstrationen in Stadtteilen, also und seit, ja, seit zehn Tagen dann jeden Abend um neun fing es an, dass dann mit den Töpfen quasi Krach gemacht wird, Töpfe schlagen oder Pfeifen und so weiter. Und wenn, wenn Polizeiübergriffe stattfinden, dann ist das auch, also dann nehmen dann noch viel mehr Leute teil, als es sonst ist. Und heute Nacht sogar, als Übergriffe auch auf der Gäsi-Pike erfolgt sind, gab es dann wieder Spontan, dass alle Leute dann zum Fenster gegangen sind und quasi Krach geschlagen haben. Also die Unterstützung ist schon sehr breit. Alle Leute, das meint also auch, ja, sowas mal als normale Bürger, also nicht Studenten oder irgendwie. Ja, normale Familien, also ich war ja selber erstaunt, wo ich das nicht erwartet hätte, dass ich das nicht erwartet hätte, aber normale Familien, Väter, Mütter, also wirklich die breite Bevölkerung. Kannst du etwas sagen, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, wie sieht es denn heute Morgen am Taksim aus, weiß allerdings nicht, ob du das jetzt so verfolgen kannst? Also im Moment ist es so, dass, dass die Polizei quasi den Taksimplatz eingenommen hat, die steht vor dem Atatürk Kulturzentrum und vor dem Atatürk Denkmal, als wäre die Regierung jetzt plötzlich Atatürk, müsste jetzt plötzlich Atatürk verteidigen. Ja, der Gouverneur hat es ja auch den Polizeieinsatz damit begründet, dass da ein Atatürk Staat wäre und dass das sozusagen ein heiliger Platz wäre, den man verteidigen müsste. Genau, ja. Also das war die Begründung, dass wir da die Plakate von den Leuten, die da protestiert haben, da abhängen müssen. Und jetzt hängt nur noch eine türkische Fahne und eine Atatürk-Fahne an dem Kulturzentrum. Die Polizei hat da auch übernachtet und ja, der Gisi-Pike ist noch besetzt, da fanden natürlich aber auch Übergriffe statt und der Teil von den Zelten wurde quasi abgeräumt. Die werden jetzt gerade wieder errichtet und ansonsten ist man da auch erstmal jetzt am Abwarten. Dann sollte ja heute eigentlich ein Treffen mit dem Ministerpräsidenten sein, wobei gestern schon die Taktik Gisi-Pike-Plattform das Treffen abgesagt hat. Also wenn erst die Polizei kommt und quasi räumt, dann braucht man ja auch kein Treffen mehr machen, weil dann wird die Polizei facken. Und jetzt ist immer noch ein Treffen angesagt, man weiß nur noch nicht, wer hingeht. Und angeblich trifft sich Erdogan mit 20 Leuten. Niemand weiß aber, wer das ist und die Liste soll auch erst kurz vor dem Treffen bekannt gegeben werden. Aber die Gisi-Pike-Plattform hat bekannt gegeben, dass von ihm niemand dabei ist. Also es ist quasi eine Farce alles. Kannst du mal kurz erklären, was die Gisi-Pike-Plattform ist? Wer ist da drin? Wie ist die entstanden? Ja, das ist ein Zusammenschluss von, ja, an die 60 Organisationen, Umweltorganisationen, Menschenrechtsorganisationen. Und die hat sich eigentlich gegründet, um halt die Bebauung des Gisi-Pikes zu verhindern. Und ja, das ist eine Plattform halt aus verschiedenen Organisationen, die dann quasi Sprecher wählt für die bestimmten Anliegen und die quasi jetzt diesen Widerstand, also im Gisi-Pike direkt organisiert. Wie könntest du dir vorstellen, dass es weitergeht? Also ich meine, es ist sicher schwer zu sagen, aber denkst du, Erdogan kommt mit seiner harten Linie schließlich durch? Also, ja, das ist schwer zu sagen, jetzt inwieweit die Forderungen durchsetzt werden können. Also, dass der Gisi-Pike nicht bebaut wird, dass die Verantwortlichen für die Polizeieinsätze quasi belangt werden und so weiter. Und ja, das ist schwierig zu sagen und so wie es aussieht, Erdogan macht ja da keinen Schritt zurück, im Gegenteil. Aber was ich halt wichtig finde, man muss sich einfach mal vor Augen halten, dass nach dem Putsch von 1980, das eigentlich nicht mehr zu großen Protesten kam. Man sprach ja auch immer von einer entpolitisierten Generation und dass das erste Mal jetzt ist, dass Türkei weit eigentlich seit zehn Tagen vor allem protestiert wird. Und ich glaube schon, dass das eine ganz wichtige Erfahrung ist, einmal zu sehen, wie das Leben auch ohne Erdogan aussehen könnte. Und ja, zum Beispiel einfach solche Sachen, wenn man jetzt die letzten Tage mit der Metro zum Taxiplatz gefahren ist, dann wurden alle mit Klatschen begrüßt, die da ankamen. Und die, die weggingen, wurden mit Klatschen verabschiedet. Also, es war einfach eine ganz andere Atmosphäre, als das natürlich... Wohl in der Annahme, dass die kommen, dass die zur Demonstration kommen, dass die gehen, dass die von der Demonstration kommen. Genau, quasi so eine Art Schichtwechsel, ja, wo einfach ganz andere Atmosphäre ist. Und ich glaube einfach die Erfahrung, dass ein anderes Leben möglich ist, dass auch Protest möglich ist, dass sie ganz wichtig ist. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die auch nicht mehr verloren geht, ist es mal egal, ob die konkreten Forderungen durchfasst werden können oder nicht. Und von daher denke ich schon, dass sich was geändert hat und auch weiterhin was ändern wird. Also, im Moment wird gerade noch in Ankara ist der Kulu-Pike besetzt, als Solidarität mit dem Gesi-Pike. Und der wird im Moment, also, tut sie auch da die Zelte gerade abbauen. Wobei die Leute gesagt haben, dass sie auf dem Platz aber bleiben werden, um ja weiterhin zu haben. Wer baut die Zelte ab? Die Leute, die dort sind? Also, zum Teil ist es die Zivilpolizei, zum Teil tun auch die Leute selber die Zelte abräumen. Die Polizei hat aber verlangt, dass der Park ganz geräumt wird. Und die dort Protestierenden haben dann gesagt, okay, sie bauen die Zelte ab, aber sie bleiben auf dem Platz weiterhin. Es gab ja gestern in der Nacht wohl relativ heftige Auseinandersetzungen in Ankara. Ja, genau. Da ist ja dasselbe wie in Istanbul. Der Taksimplatz ist in Ankara, der Kissel-Ei-Platz. Und wo auch die Regierung und Polizei halt darauf gucken, dass der geräumt wird. Und da findet man natürlich dann auch immer Auseinandersetzungen statt. Und da findet man dann auch immer Auseinandersetzungen statt.